Ja und hier ein Video von unserem Wäschetrockner IQ 700. Immerzu hat es den Fehler angezeigt Behälter leeren, Behälter leeren, Behälter leeren. Jetzt habe ich da so ein schönes Video angeschaut vom Servicetechniker. Da hat er gezeigt wie man den öffnet. Das da ist der Wasserstandsgeber. Er hat immer angezeigt Behälter voll nach ein paar Minuten. Ja und man sieht also dass der das angezeigt hat, das war kein Wunder. So verträgt wie der ist der Geber. Den mache ich jetzt sauber. Dann sollte das wieder funktionieren. Wenn man wieder reinguckt, bei der Pumpe ein Flusensumpf. Ja gut, man muss sagen, der Trockner ist jetzt sieben Jahre alt. Der hat seinen Dienst eigentlich getan, aber das kann er noch ein paar Jahre machen. Wenn der Flusensumpf draußen ist, dann muss er wieder laufen. Wie man den auseinander legt, da gibt er mal einen Servicetechniker. Servicetechniker, der macht gute Videos. Und ja, wie schon gesagt, das ist kein Wunder, dass er das angezeigt hat. Behälter voll, Behälter voll. Alter, da hängen ja die Flusen dran da. Na ja, sieben Jahre. Sieben Jahre Trockner mit zwei Kindern. Da wisst ihr, was los ist.